Ja, hallo und herzlich willkommen, Petri, meine lieben Angelfreunde. Heute ist der 11. Dezember und Amber möchte ich nochmal entschuldigen. Gestern war unter dem Motto Go Big or Go Home der Finch von Tech Fishing im 10. Türchen und ja, die UV-Lampe lag nebendran, aber ich habe es natürlich vergessen, sie zu benutzen und ich habe es jetzt auch leider nicht dabei, deswegen hoffe ich, dass heute kein Köder oder ähnliches drin ist. Der Klang des Fanges, das ist sehr leicht, das 11. Türchen und ja, mal gucken, was drin ist. Ich bin gespannt und ja, machen wir doch einfach mal auf. Jensi und Glasrasseln. Ah, warte, so erklärt man es besser. Glasrasseln in Größe N, grober, dumpfer Klang. Ja, da gibt es nicht viel zu zu sagen. Das sind Glasrasseln, die man in Gummifisch reindrücken kann, nehme ich mal an und das war es auch schon. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.